Wir haben ein Gebäude, was komplett ohne fossile Brennstoffe auskommt und mit moderner Energie- und Gebäudetechnik reichlich Energieüberschuss erzeugt. Mein Name ist Bernd Apitz, ich bin Inhaber und Geschäftsführer Leitig Firmengruppe aus Heilbad Heiligenstadt. Wir haben das Unternehmen vor 27 Jahren gegründet und das Unternehmen ist kontinuierlich gewachsen. Also WAGO hat sichtlich mit unserem Wachstum viel zu tun. Unser neues Betriebsgebäude hat eine sehr aufwendige MSR-Technik. Ein wichtiger Bereich ist da das Thema Eisenergiespeicher und die gesamte Energie- und Gebäudetechnik wird hier im Hause mit WAGO gesteuert. Das Thema WAGO-Klemmen käme ja schon über viele, viele Jahre, sage ich mal. Das Thema Einsatz entsprechender Controller war sicherlich vor 10, 15 Jahren, wo die ersten Kontakte eigentlich da kamen. Der Vorteil von WAGO ist, dass ich halt ein sehr großes Einsatzgebiet habe. Ich kann Gebäudeautomatisierung mit KNX, DALI. Das hat halt den Vorteil, dass ich da halt zu allen anderen Systemen eine Verbindung aufbauen kann. Also ich denke schon, dass wir mit WAGO da einen richtigen Partner gefunden haben. Ich denke, dass wir in Zukunft gut aufgestellt sind und damit können wir auch sicherlich tolle und umfangreiche Projekte gemeinsam realisieren und das macht schon Spaß. b Bernd Untertitelung des ZDF, 2020